Mich hat der RMI wieder, der hat so ganz gemeine Granaten, die einen langsam werden lassen, also im Kopf, echt schlimm. Noch langsam, oder? Killer! Ja, ich nehm auf, ja, guck mal, ich bin der, oh Gott, wie kann man seine Hand bewegen, schnell. Ah fuck, der eine wackelt mit der Hand, das will ich auch. Drück alles durch, drück alles durch. Ich weiß nicht, ob du, du bist ja doch Stufe 2, da hast du dann so Admin-Nachrichten bekommen, richtig? Ich glaube, möglicherweise. Und da hast du dann diese Pucks drin, die dann, aber du nicht alles. Alles verschwunden, weil die hast du meistens bloß ein paar Tage, bedacht öffnen und dann kannst du, kommst du damit lang hin und kannst dich damit auflöfeln. Löffeln, löffeln. Ah, hier, open. Ich glaub, du hast vorher einfach eine Nachricht gelöscht, ohne reinzugucken, das war schwach, glaub ich. Also, du bist so der Einzige, der sowas macht, also, das heißt, du bist du. Hab ich schon gut gemacht, das hab ich schon gut gemacht. Genau. Neues sogar. Freestyler, nein, 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 oh, das war ganz schön genau Freestyler, ich hab mal 10 HP vorgestellt. So, Kushi, Mentu, dann kommt mal ran. Muss bei Kushi irgendwie immer ein Kuscheln denken. Richtig. Ja, da kann ich auch, wenn das nur liegen. Ja, also, keine Ahnung, gell? Der alte Kuschelbär. Ich renne mal hinter dir, Dumboble. Sehr gut, das ist immer eine gute Wahl, auf in den Thron. Oh, cool, ich wund' direkt gleich schottert. Freestyler hat natürlich wieder irgendwo an so einer Kiste gestanden, das ist nicht klar. WC-Neutor ist schon ziemlich gut, Neo ist aber auch stark am Aufholen. Ein Onkel ganz knapp dahinter, dann kommt Arkiem und ganz unten der Dumboble. Aber irgendwann bin ich auch oben. Komm, ich will jetzt hier, ich will jetzt hier jemanden kuscheln. Ich will jetzt hier jemanden tot kuscheln. Haha, was ne Kacke. Ich hab dich ganz schön hart gedrückt, gerade eben. Ey, mir hat jemand in die Fresse geschlagen, glaub ich. Ich hab dir ins Gesicht geschossen. Oh, Neo, wieso? Der Mento, ja, ich hab dir ins Gesicht geschossen. Ja, hab ich auch. Das ist so wie... Mentu, ich hab mich doch gerade angezündet, wieso bremst du nicht? Oh, der hat mich gepimmelt. Gekuschelt. Der hat mich totgekuschelt. Ja, ich bin unterbrochen. Onkel, ah! Weiß nicht, wo ich... Wer hat die Bombe? Ähm, das ist Schrankkraftwerk. Ich, ich hab sie. Der Gute hat sie. Ich hab gar keine Verbindung mehr zum Server. Aber Mentu, das ist doch unmöglich. Leg die Bombe! Leg die Bombe! Ich hab's gelegt! Soll ich jetzt die Knaller zünden? Hahaha, oh ja, oh ja. Das ist schon wirklich sehr alt. Oh ja, war immer wieder... Immer wieder gut. Oh, 6-0 sind wir so gut. Beziehungsweise ist Mentu so schlecht? Ich bin rausgeflogen. Ich weiß, Mentu, ich weiß. Ich war best in meinem Team. Du musst rauskacken, genau. Oh, ich bin so schlecht. Oh, und ich bin überhaupt gar nicht... Tanz mal schnell, WC-Nator, mach mal irgendwas. Ah, schlag einfach auf deine Tastatur. Hab ich. Guck mal, der eine macht was. Neo, wie? Neo, wie? Ich glaube, Tee. Tee wie Emotionen. Ja, so haben wir das gelernt. Tee wie Tee... 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 Emotionen. Äh, äh, Emotionen. Genau. Du sagst es, du sagst es. Ja. Und gerade weil ich es gut mit dir meine. Oh ja. Ich will jetzt auch mit meinen Finger wedeln... Mit meinem Finger wedeln. Was? Musst du erst... Was? Ich kann's nicht mit meinem Finger wedeln. Ich kann mit etwas anderem wedeln, aber... Ja, aber... So, so. Ah, jetzt hat er's gerade eben gemacht. Ich kann mir's angucken. Oh, sieht das schwul aus. Das ist fucking gay. Ja. Endlich konnte ich mir ein Visier holen. Aber ich kann euch nur zugucken. Was ist denn hier los? Ja, weil ich... Weil es gerade drin ist. Weil wir gerade im Match sind. Wie, weil... Weil ihr im Match seid? Wollt ihr mich gerade verjuckeln? Muss ich jetzt im Match jetzt hier überall zugucken? Nein, nur dir. Nee, du musst warten bis die Runde zu Ende ist. Ach so, Leute. Schreit doch nicht so. Was? 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 Ich schreie nicht. Was? Was? Oh, ich merke schon mit dem Visier geht's richtig ab. Merkst du's auch? Merkst du's auch? Ich hab's vor allem bemerkt. Ich hab damit gerade drei Kills gemacht. In der ersten... Oha. Wenn ich keine drei Kills mache, will ich's zurückgeben. Mein Geld zurück haben. Ich hab auch drei Kills gemacht. Boah. Also dann ist es ja wohl echt sein Geld wert. Das ist richtig. Ich hoffe das Visier haben, aber ich find's nicht so gut. Was ist das denn? Nein! Ich hab auch Headshot gegeben. Oh. Dein Leben so niedrig. Jan, wieso bist du nicht gestorben? Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Weißt du, wenn man so alt ist wie ich, da kann man ja auch nicht mehr immer... Wow. Ist man dann auch noch froh, noch einen Tag zu leben? Ja, ist man auch noch einen froh, einen Tag länger zu leben, Menthu. Ja, gönn mir doch mal diese 60 Life, die ich noch hatte. Ey, wie kommen wir denn zu der Bombe? Leute. Ich schaff's nicht. Ich renn weg. Ich renn weg. Ich muss die Waffe saven. Moment mal. Boah. 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 Scheiße, scheiße, Alter. War doch nur im Game. Wie läuft der Stream? Läuft der Stream? Wie viele Zuschauer haben wir? 100? Wir sind gerade überhaupt keiner dabei. Wahrscheinlich die falsche Zeit. 100 oder 200 Zuschauer? Minimum. Wir streben gerade auch. Freitags-Stream zum Beispiel ist auch Schwachsinn. Wenn Kreuz streamt. Ja. Nein, nicht wenn du auf Englisch streamst. Aber Menthu, da verstehe ich ja gar nicht, was ich sage. den Kalbget� ist gravier. Yeah. Ich weiß nicht, ja. Will as behave ganz schön. Äh. Birthday. Verse 200. Und controlled. Will root Chod Investe mit erstmal. hur? Schöten einfach mal.